Ich werde das gewinnen. Gegen Danja nicht zu gewinnen, das ist praktisch unmöglich. So, und dementsprechend, du suchst sie jetzt runter und dann beginnt der Kampf um Leben und Tod. Yo, was läuft? Leute, es ist soweit. Ich habe mit Danja gesprochen, außerhalb von Minecraft Evolution, weil bei Minecraft Evolution spreche ich nicht mehr mit Danja. Da sind wir keine Freunde mehr, habe ich gesagt. Sie ist bereit für ein Duell, weil ich werde ja hier nicht ernst genommen als Eisling. Aber ich dachte mir, ich werde das gewinnen. Gegen Danja nicht zu gewinnen, das ist praktisch unmöglich. So, und dementsprechend, Danja, wo bist du? Wir sprechen jetzt, ausnahmsweise sprechen wir, ausnahmsweise. Ich habe hier eine Duell-Arena erbaut für uns beide und ich erwarte dich. Gut, ich erwarte dich. Ja, 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 ich komme. Ich komme, ich komme, ich bin unterwegs. Ich erwarte dich. Ich habe ein kleines Problem, weil wenn einer von uns verlieren sollte, kann es natürlich sein, dass jemand direkt zum Friedhof geht und dieses Herz einsammelt. Und das könnte ein großes Problem werden. Also dementsprechend, Danja, ich sage dir jetzt schon mal, auch gleich, wenn du hier in der Arena bist, wenn einer tot ist, schnell zum Friedhof. Okay, ist das ein Deal? Ist ein Deal. Sag mal Bescheid, sobald du mich siehst, weil ich sehe dich ja nicht so gut. Alles gut? Ja, alles gut. Ich bin hier schon in der Arena und warte auf dich. Okay. Beeil dich, lass mich nicht warten, sonst war es das, also... Weißt du? Ich kann keine Rüstung anziehen, ich kann gar nichts, ich werde trotzdem gewinnen heute. Ich sage es dir, wie es ist. Ich werde trotzdem gewinnen. Okay. Okay. Okay, okay. Ich habe meine Eisenschwerte... Ich mache mich bereit, Kahn, und dann komme ich. Ey, warum kann ich nicht schießen? Kahn? Was? Siehst du mich schon? Ich sehe dich noch nicht. Nein, wo bist du? Okay, okay. Ja, ja, ich bin gleich da. Los, ey, jetzt komm, Mann! Hallo? Hallo? Was macht ihr? Wie, was machen wir? Ich habe den nächsten Event vor, ich dachte, ich komme hier in die Gruppe rein. Ich habe den nächsten Event vor, wollte ich noch Bescheid sagen. Ja, das ist okay, Candy. Ja, perfekt. Ja, danke. Ich muss gerade kurz ein Duell mit Danja machen. Sobald das Duell dann durch ist, um Leben und Tod, komme ich zum Event. Alles gut. Okay. Perfekt. Was kriegt der Gewinner von euch beiden denn aber? Ja, der bekommt Ehre. Also, ich bin mir ehrlich unsicher, wer gewinnt, ne? Ja, wer wohl? Ich gewinne. Aber, Candy, danke, ich weiß Bescheid. Sorry, ich muss jetzt kämpfen. Es tut mir wirklich leid, Candy. Okay, okay. Ciao, ciao. Ciao. Äh, siehst du mich schon, Kahn? Du bist nicht da, Danja. Wo bist du? Ja, ja, ich bin gleich da. Ich bin bei dir vor der Base. Aber warum kann ich... Ich muss aber kurz noch was prüfen. Ich kann meinen Pfeil nicht abschießen. Das ist ein bisschen blöd. So, 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 so. Ich kann meinen Pfeil nicht abschießen. Ja, er kann. Ich bin direkt bei dir vor der Base. Ich bin direkt bei dir vor der Base. Du bist nicht hier. Ich guck doch gerade. Du bist nicht hier. Doch, doch, ich bin bei der Base. Ich seh dich doch nicht, Danja. Wo? Doch, ich steh da. Jetzt bin ich in deiner Base. Jetzt geh ich wieder raus aus deiner Base. Wo bist du denn? Ich seh dich nicht, Danja. Ah, da. Natürlich. Bist du da? Ja, komm mit. Hallo. Komm jetzt mit. Ich komm mit. Sehr gut. Komm jetzt mit. Komm jetzt mit. So, du kannst sehen. Hier ist die Arena. Hör auf, guten Morgen zu schreiben. Du musst jetzt kämpfen, Mann. Ja, okay. Ich kämpfe, ich kämpfe, ich kämpfe. So, dann komm mal rein. Kann, das ist hier ein bisschen zu klein. Ähm. Was? Wie kommst du so rein? Okay, okay, gut. So. Stell dich jetzt erstmal dahin. So. Ja, okay. Kann, bist du sicher, dass du das willst? Ja? Willst du wirklich gegen mich kämpfen? Möchtest du jetzt wirklich, möchtest du das riskieren, Kann? Ja. Willst du kämpfen? Ich werde kämpfen. Ich werde kämpfen. Du zählst runter und dann beginnt der Kampf um Leben und Tod. Karn, ich biete es jetzt noch einmal an. Willst du dein Leben behalten? Willst du wirklich kämpfen gegen mich? Ich werde mein Leben behalten. Willst du diesen Kampf jetzt wagen? Wenn ich wüsste, wie ich, noch ganz kurz, wie ich wüsste, wie ich meinen Pfeil abschieße, weil das funktioniert bei mir gerade nicht. Hallo? Hallo, Flauschi. Hallo, Flauschi. Ich bin gerade im Duell. Was macht ihr hier? Ich bin gerade im Duell mit. Geh mal zu Karns Base. Da habe ich gerade mit Karn ein Duell. Kannst du zugucken als Zuschauerin. Okay. Komm mal dahin und feuer mich an. Jetzt, Flauschi, du wirst jetzt sehen, wie ich dann ja zerstören werde. Okay. Das mit meinem Pfeil funktioniert irgendwie nicht. Warum auch immer. Willst du trotzdem kämpfen, Karn? Ich will trotzdem kämpfen. Ich werde dich auch so besiegen. Sicher? Ja! Okay, du zählst jetzt... Flauschi, bist du da? Siehst du, bist du Zeugin davon? Äh, ich warte, ich bin... Wo seid ihr denn genau? Hinter meiner Base. Das ist so eine kleine Arena, habe ich gebaut. Ach da, ich sehe es. Okay, ich bin da erwartet. So, Flauschi, du wirst jetzt sehen, wie ich dann ja besiegen werde. Okay. Hä? Warum bist du so klein? Ja, ich bin ein Eisling. Sag es nicht, keiner nimmt mich hier ernst. Ja, genau das. Also, Karn, du möchtest jetzt, egal was passiert, möchtest du jetzt kämpfen? Ja, ich zähl jetzt runter. Du möchtest einfach kämpfen. Drei, zwei, eins. Gegen die Person, die vor dir steht, wirst du kämpfen. Ja? Okay. Los! Ah! Ah! Hilfe! Ah! Kämpfe! Ja, ja! Ich kämpfe ja schon! Ah! Oh Gott, Karn! Nein! Tu mir das nicht an! Hey, hey, hey! Wo hast du die ganzen Getränke her, Mann? Hä? Was? Das ist nicht fair. Das war vorher nicht so abgeklärt. Du kämpfst mit unfairen Mitteln. Ah! Okay, dann mach ich das ohne Getränke. Au! Du brauchst ja richtig drauf, Karn! Au! Oh mein Gott! Ah! Mir geht's voll schlecht schon! Kämpfe! Ey, Daniel, kämpfe jetzt! Hey, hey, hey! Okay, ich kämpfe jetzt! Ich kämpfe jetzt! Ich kämpfe jetzt! Okay, okay! Ich muss dich nur treffen! Ah! 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 Ich brenne! Ah! Hä? Was? Das warst du nicht! Das warst du nicht! Das warst du nicht! Candy! Das war Candy! Das war Candy! Warum war das Candy? Candy! Leute, was geht's? Das war ein wunderschöner Kampf! Ich bin wieder da! Candy! Yo, was geht's? Ich hab gesehen, dass du gekämpft hast! Hä? Ich war die ganze Zeit... Ich hab mir ne Paulana Spezi geholt! Ja! Hab ich gesehen! Hä? Was denn? Ich war nicht da! Habt ihr schon gemacht? Ich komm jetzt vorbei! Ey, was mit meinem Herz! Was mit meinem Herz! Was mit meinem Herz! Ihr habt mich alles... Ihr habt mich alles hinter sich gefühlt! Ich kann grad nicht! Ich bin grad absolut nervös, dass mein Herz gleich weg ist! Hast du verloren? Natürlich einfach, weil du es warst! Danja hat dich platt gemacht! Du hast mich platt gemacht! Flauschi, wusstest du davon? Ne, ich hab nur Danja da gesehen, die dich platt gemacht hat! Das war nicht Danja! Das war Candy! Wo bist du denn gerade, Kahn? Ich versuche, mein Herz vom Friedhof zu holen. Was für eine Rolle bist du? Ja, weiß ich nicht, Flauschi, ich bin nervös. Ist das Kahn? Wer ist das hier vor uns? Was? Das ist Flauschi. Ich sehe den Skinny. Ach, bist du? Du siehst aus wie Steve. Kahn, wo bist du denn? Wir wollen wissen, dass du eine Rolle hast. Kahn? Er kommt, er kommt hier auf der Brücke, auf der Brücke, auf der Brücke. Hier vorne. Ey, ihr habt mein Herz jetzt geklaut, ne? Ey, Kahn, die Flauschi. Oh, du siehst normal aus. Oh, Kahn, du siehst normal aus. Du siehst normal. Ja, aber ich komme hier nicht hoch. Okay, dann doch nicht ganz normal. Ich komme hier nicht hoch. Was habe ich für eine Rolle? Guck doch kurz nach. Ich bin ein Pinguin. Kannst du nicht springen? Ein Pinguin ist krass. Ich glaube, er kann nicht springen als Pinguin. Oh nein, das tut mir leid, Kahn. Also bist du jetzt quasi vom Werwolf zum Otter zum Eisling zum Pinguin geworden? Was sind denn deine Superkräfte? Er ist sprachlos. Ja, guck mal, Kahn, was ich hier habe. Hä? What? Dania, Dania, das ist mein Herz. Das ist mein Herz. Dania, bitte. Sicher? Da steht ja kein Name drauf eigentlich. Das ist Dania. Das muss... Sag nicht, du warst am Friedhof jetzt. Ich komme hier noch nicht mehr hoch, Mann. Guck mal, der Otter kann springen und Kahn nicht. Ja, dann kann es ja froh sein, dass ich dort war, oder nicht? Kahn, komm mal jetzt zu uns hier. Was machst du denn da die ganze Zeit? Jetzt hat er sein... Oh, du hast dein Wasser weggemacht. Ich versuche zu schnickern. Kahn, ich helfe dir. Ich komme, guck mal, ich kann noch nicht mal einen Block unter mir bauen. Guck mal, ey. Ich habe die Feinlisten. Lass uns aus der Gruppe rausgehen. Aus der Gruppe raus. Tops, moin. Kahn kann nicht mehr springen. Er ist ein Pinguin. Er ist ein Pinguin. Ehrlich, ich kriege eine schlimme Rolle nach der anderen. Du hast doch wirklich Glück, oder? Das ist schon leid. Also, Flo ist vom Halbgott zu Superman geworden. Also... Ich kann noch nicht mal über den Block hier springen. Kahn, komm jetzt hier hoch. Hör auf mit dem Spaß. Ich kann nicht. Kahn, was ist denn los? Kahn, brauch jemanden, um mit einem Berg hochzukommen. Hat jemand sein Herz aufgesammelt? Ja, ja, ich. Oh, warte. Dania, bitte. Dania, nimm mal das Herz in die Hand. Dania, bitte werf es wirklich auf Kahn nach oben. Kahn, bist du da? Ja, ich bin da. Ich glaube, der ist noch in der Gruppe, oder? Nein, bin ich nicht. Nee, der redet nicht. Achso, nein, ich war noch gemutet. Ich war noch gemutet. Dania, nimm mal das Herz in die Hand. Mach mal Rechtsklick. Nein, nein. Mach Rechtsklick, Rechtsklick. Dania, werf es nicht hierhin, die werden es klauen, die werden es klauen. Bitte, spiel nicht so mit meinem Herz. Okay, Dania, das war die Bezahlung, weil ich es für dich erledigt habe. Nein, das war so ein fieses Spiel. Was ist passiert? Mann, Dania hat gegen mich... Mann, ich komm hier nicht hoch. Ich kann das nicht mehr. Wir sind ein kleines Kind, man muss ihn immer hochheben. Ja, also, komm, wir wechseln jetzt deine Windeln. Was ist denn der Vorteil von der Rolle? Gar keiner, ich hab gar keinen Vorteil. Mein Empfehle ist low. Auf Eis kannst du sehr schnell laufen. Ja, auf Eis, wow, wir haben ja super viel Eis hier. Horst, ey. Ja, ist schon klar. Ja, also, das war so gewesen, Tops. Er kann sich nicht mal mehr hochbauen. Ich kann mich zwar nicht mal mehr hochbauen. Oh nein, es läuft auch so nicht runter, wenn ich die hochsetze. Ey, Kahn, Kahn, mach die Slabs. Aber Kahn wollte ja die Rolle unbedingt loswerden, um jeden Preis. Jetzt hat er es geschafft. Ja, ich hab dich gefragt. Möchtest du gegen die Person, die vor dir steht, kämpfen? Ehrlich? Und du hast gesagt, ja. Und eigentlich kann, wenn man das jetzt mal echt ganz stark runterbricht, das hättet ihr schon auffallen können. Naja, das stimmt. Ich hab nicht drauf geachtet, Mann. Als ob ich auf sowas achte. Ja, aber als ob ich auf sowas achte. Ich bin größer, ich hab einen riesen, riesen Flügel aufgerufen. Aber ich hab zu Daniel gesagt, das fällt ihm nicht auffallen. Er war einfach so in einem Blutrausch gefangen. Und jetzt ist er einfach. Und ich hab ihn mit Tränken besiegt. Ich hab Tränke auf ihn geworfen. Jetzt kannst du wenigstens einen coolen Skin haben von EZ. Ja, das stimmt. Für einen Pinguin-Skin. Genau. Kinder-Pinguin. Also ich sag ehrlich, das ist die schlechteste Rolle. Ich sag, ob du so einen Königspinguin kriegst, dann kannst du nämlich der Karnix-Pinguin sein. Ich hab einfach gar keine Lust mehr, ne? Gar keine Lust. Alter, Karn, jetzt hat Topf dein Herz genommen. Let's go, 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 go. Flieg, flieg, flieg. Flieg, mein Typ. Karn, ich hab's extra auf Topf geworfen. Er, auf dich geworfen. Ich hab's extra auf dich geworfen, Karn. Du hast es einfach nicht eingesammelt. Was ist denn mit dir? Danja, du hast jetzt nicht mein Herz an Topf gegeben. Nein, Karn, ich geb's dir wieder. Keine Sorge. Ey, aber guck mal, das meine ich. Ich kann Danja überhaupt nicht vertrauen. Ich sage, werf es bitte nicht dahin. Nein, die hat's zu dir geworfen. Das liegt halt daran, wer länger am Server ist, der kriegt eher ein Item. Das ist eine Minecraft-Mechanik. Ja! Ja, danke, Leute. Finde ich richtig gut. Danke. Danke. Es tut mir leid. Danke. Danke. Ich höre dir... Danke. Danke. Ich finde das richtig nett von euch, was ihr hier macht. Ich kann mal nur ein Candy... Äh, sei nicht, äh, so. Ja, also, ihr merkt, Leute, ich hab richtig viel Spaß auf diesem Server. Es macht richtig viel Spaß bei Minecraft Evolution. Danja klaut mir mein Herz. Wirft es dann irgendwo hin. So, Leute, ich hab da noch... Ja. Ja, also... Ich hab da noch ein paar Worte zu sagen. Wir warten auf die anderen. Nein, wir warten auf die anderen erstmal. Ich hab da noch ein paar Sachen zu sagen. Ich schwöste, Danja, ist... Danja, du bist der dummste, dümmste Mensch auf dieser Welt! Du bist der dummste Mensch! Er hat mich ganz selbst gedicht. Er kommt hinterher. Okay, Leute, ich... Ich geh jetzt raus. Ich geh jetzt raus. Nein, ich disconnecte mich jetzt. Ich hab keine Lust mehr. Ich hab echt keine Lust mehr. Ja, also, ich... Leute, ich hab einfach keine Lust mehr. Ich schwör's dir. Ich sag, Danja, bitte lass das Herz doch... Warum wirfst du mir das zu? Warum macht man das? Warum macht man das? Wenn er da ist, sag es ihm. Ja, hier, er ist wieder da. Hier ist er. Du musst kurz warten. Ja? Ja, es muss erstmal alles laden. Kahn? Ja, ich bin da. Was wollt ihr? Kahn, also, ich sag dir ehrlich, du hast das Feuerwerk geklaut, bist immer gegen Danja gegangen, dass sie jetzt dein Herz hat, ist schon fair. Ja, es sei denn, du sagst jetzt, Danja ist die bessere Kämpferin, dann wird sie dir das bestimmt geben. Und du entschuldigst dich. Nein, ich werd das definitiv... Wollt ihr mich hier veräppeln? Wollt ihr mich hier... Was macht ihr mit dir? Hey, ich hab da nix zu tun. Wir machen gar nicht. Du hast Feuerwerk geklaut. Guck mal, ich bin grad eben richtig hochgesprungen. Guck mal, Kahn. Bist du eben, da warst du fast ein Block hochgesprungen. Hä, guck mal, du kannst doch springen. Hä? Ja, du kannst doch springen. Du kannst doch springen. Was? Hä? Ich glaube, du hast das ein und aus. Das ist so eine ein und ausschaltbare. Ja, ich glaube, das war ja. Ja, ja. Du kannst... Hä? Aber er kann doch springen. Nein, ich habe... Was? Er springt zwei Blöcke hoch? Ich habe nur meine Fähigkeit aktiviert. Und zwar ist das Slippery. Wenn ich sozusagen das aktiviere, dann bin ich wie auf Eis. Ne, also... Ah. Ah, und dann springst du höher. Ach so. Richtig. Ah, aber das ist doch eigentlich ganz cool. Dann kannst du dich als Windes fortbewegen. Pinguin ist voll OP. Das ist richtig krank. Alter. Pinguin ist so OP. Die ist richtig stark fahrend, Alter. Ich will auch Pinguin werden. Ey, Schwester, ihr seid so fies, ne? Warum? Du, du kleine Ratte, Danja. Ehrlich. Ey, ey, ey. Danja ist keine Ratte. Sie ist eher sowas wie so eine Fledermaus, weißt du? Ja, weiß ich nicht. Auf jeden Fall so etwas, was mir nicht gut tut. Wie konntest... Guck mal, wie kannst du mit dem Leben von mir... Wie kannst du so spielen, Danja? Mit Candy und Tops. Die zwei schlimmsten hier auf dem Server, wenn es um Herzen geht. Hä? Die zwei schlimmsten. Frag dich mal, wie du immer mit mir umgehst, wenn du mal in irgendwas... Ich bin erst zum Schluss gekommen, wenn es dir erst zum Schluss kommt. Frag du dich mal, wie du immer mit mir umgehst. Wenn du mal irgendwo einen Vorteil hast. Und jetzt... Ja, so wirklich. Ja. Frag dich mal. Okay, folgendes, folgendes, folgendes. Ich würde mich bei dir entschuldigen, aber nur unter vier Augen. Nicht mit den beiden hier. Und auch nicht mit Flauschi. Auch nicht mit Flauschi. Hey, Flauschi. Warum? Was habe ich gemacht? Nein, nein. Nein, es geht nur darum... Er hat gesagt, das Mundgeruch. Also, du kriegst deine verdiente Entschuldigung mal wieder. Das ungefähr 2000. Mal. Aber nur, wenn diese Leute hier alle weg sind. Sag es, Khan. Entschuldige dich. Oh, ist da jemand schüchtern. Entschuldige dich, mein Danja. Ich habe gesagt, ihr sollt verschwinden. Guck mal, ich habe das Gefühl, er heilt mich mit seinen Schlägen. Schlag mich nochmal. Guck mal, Danja. Siehst du, Danja? Siehst du das, Danja? Siehst du das? Sag uns einfach, ob er sich ja wirklich entschuldigt hat. Das könnte auch eine Falle sein. Okay, das mache ich. Ich komme dann zu euch und sage, ich verscheide. Hallo? Ja, ja, hallo. Verschwindet! Keine Sorge. Danja, wie konntest du nur? Wie konntest du nur? Was habe ich denn gemacht? Ich habe dein Herz gerettet. Ich habe es auf dich geworfen und du hast dich einfach nicht bewegt. Ja, aber das geht doch nicht, Danja. Du weißt doch, wenn so viele Leute da sind. Die verstehen doch Minecraft viel besser als ich. Du standest direkt auf deinem Herzen. Ja, aber Danja, so funktioniert das nicht. Du standest auf deinem Herzen. Danja, gib doch zumindest in dem Fall zu, dass es dein Fehler war. Nur in dem Fall. Da warst du ein bisschen zu leichtgläubig, glaube ich. Also, Kahn, du wolltest dich bei mir entschuldigen, habe ich gehört. Ohne mir jetzt irgendwelche Schuld zuzuschieben. Okay, 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 okay. Danja. Ohne mir jetzt für irgendwas eine Schuld zu geben, wolltest du dich jetzt ganz oft ehrlich entschuldigen. Du wusstest, ich möchte nicht kämpfen, das habe ich dir mehrmals gesagt. Ja, ja, und du hast Candy dafür geschickt. Okay, war klar. Ich glaube, du hättest mich auch besiegt, weil du einfach viel zu stark bist. Ne? Alles gut. Ja, ich entschuldige mich dafür, dass ich unzufrieden war mit meinem Origin. Karma hat mich jetzt... Ja, da ist die Entschuldigung! 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 Das war die... Ich bin wieder rausgegangen. Ne, ich bin wieder aus dem Server raus. Interessiert mich nicht. Ne, interessiert mich nicht. Ich gehe jetzt wieder aus dem Server raus. Gut, ich habe es vielleicht... Ich habe es vielleicht auch ein bisschen verdient. Ein kleines bisschen. Schauen wir mal. Ich bin jetzt ruhig. Ich habe ihn hochgehoben, er ist ausgelockt und alles war... Alle anderen Leute waren weg. Also, alle anderen waren weg. Nein, du warst weg! Du warst weg! Ich war auch weg? Lol. Okay. Da war ich wahrscheinlich in einem anderen Demental. Okay, Leute, bei all dem Spaß. Khan, ich hoffe... Du hast dich entschuldigt und ich hoffe, du kriegst dein Herz wieder. Weißt du was? Ich... Guck mal. Ich... Ja. Es ist okay, ihr habt recht. Ihr habt recht. Ich entschuldige mich bei Danja. Es war unfair, ihre Base zu zerstören, auch wenn sie ziemlich hässlich ist. Das wusste ich gar nicht. Es war... Hey, 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 hey! Hey, 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 hey! Voll, entschuldigt man sich nicht! Und... Und Danja, es tut mir leid, dass ich deine Sachen geklaut habe, die der Candy Danja GmbH gehören. Wahrscheinlich die... Eine GmbH, die ich definitiv mal beim Finanzamt hier bei Minecraft melden werde. Hey, hey, hey! Was bist du denn da melden? Das ist ja alles... Ein absoluten, ein faires Pyramidsystem. Konnte ich aufmachen. Ein absolut tolles Schneeballsystem. Da ist überhaupt nichts Komisches dran. Aber Danja, Ja, alles in allem möchte ich dir mit diesem Bild zeigen. Es tut mir leid. Oh. So, und jetzt... Nein, 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 nein. Danja, 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 mach es bitte nicht. Lass es. Wir haben hier drei Leute, die so was von am Geiern sind gerade. Und damit ist meine Entschließung durch. Nimm das Bild mit, ist okay. Danja, Danja. Kannst du bitte gleich... Kannst du bitte diese drei jetzt hier wegschicken? Okay, geht mal ganz kurz zur Seite, damit ich kein Herz geben kann? Flauschi. Nein, Danja, nein, mach es nicht. Lass sie weggehen und ich packe sie hier in die Kiste und ich nimm es gleich raus. Lass sie weggehen. Lass sie weggehen. Komm, hier ist die Kiste, Mann! Hier ist die Kiste. Nein, jetzt packe sie da rein. Guck mal, geht nicht. Ach, schwinde! Okay, ich geh. Kann, kann, kann. Los jetzt aber. Los! Oh mein Gott, ich bin wieder hier! Ja! Wie kannst du denn mal? Zum dritten Mal! Was macht ihr denn? Wie kann das denn sein, Kahn? Wieso sammelst du das nicht? Das ist wegen Minecraft so. Kahn, ganz ehrlich, was soll ich denn noch machen? Das dritte Mal habe ich das Herz gesneedt. Kahn schlägt mich, Kahn schlägt mich, Kahn schlägt mich. Wie viel Leben hast du noch? Warte. Ich werde den Pinguin mal hochheben. So, kleiner. So, ich bin wieder raus. Ich weiß nicht, ob ich wieder zurück auf den Server soll. Weil Candy hat jetzt mein Herz. Mein Leben. Danja, ich bin jetzt raus aus dem Server gegangen, weil ich kann das nicht. Ich glaube, ich werde Danja nicht mehr vertrauen. Ich glaube, das war's. Es sei denn, ich bekomme mein Herz zurück. Also mein Leben. So, Leute, ich weiß nicht, wie das ausgehen wird. Es tut mir leid. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschö. Wir sehen uns beim nächsten Mal.